Moin Moin ihr Füchse und damit Willkommen zu unserem 10k Abonnenten Special, welches ich im zweiten Part von unserem Home Planner Tutorial bereits angeteasert habe als das krasseste Video, was ihr jemals auf diesem Kanal gesehen habt. Moin Moin ihr Füchse, auch von mir. In diesem Video erwartet euch jetzt ein super Giveaway. Wir können es kaum erwarten euch das alles vorzustellen. Denn euch erwarten in diesem Giveaway Preise von insgesamt 30.000 Dollar, was schon eine ziemlich krasse Summe ist. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir uns erstmal bei euch, unserer Community, herzlich bedanken. Viele von euch wissen, die bereits seit Anfang an dabei sind, dass ich damals den Kanal vor circa drei Jahren gegründet habe. In diesen drei Jahren ist wirklich sehr viel passiert. Manu kam unter anderem dazu vor knapp einem Jahr. Dann haben wir eine Firma gegründet und jetzt, schaut uns an, jetzt feiern wir schon unser 10k Abonnenten. Special gemeinsam mit euch. Denn das haben wir natürlich nur euch zu verdanken. Vorab möchten wir uns herzlich bei Keen Tools, Unity und Chatbrains bedanken. Denn ohne die wäre dieses großartige Giveaway heute nicht möglich. And since I know that Keen Tools, Unity and Chatbrains will take a look at this video, I want to thank you very, very much from the bottom of my heart that you make it possible that we can give some licenses to our great community. Thank you very much. Kommen wir als aller erstes zu dem Designer Paket Preis. Denn Keen Tools war so freundlich, uns drei Einjahreslizenzen zur Verfügung zu stellen. Die ein oder anderen unter euch kennen Keen Tools sicherlich mit ihrem wunderschönen Blender Addon Face Builder. Ich habe dazu auch bereits schon mal ein Video gemacht, welches mit das erfolgreichste Video auf diesem Kanal ist. Und die ganzen neuen Zuschauer, die jetzt erst auf dieses Video gestoßen sind, werden sicherlich gemerkt haben, dass das Ganze nicht mehr so ganz gratis ist, wie wir das dort angeteasert hatten. Deswegen haben wir für dieses 10k Special Video Keen Tools einmal kontaktiert und sie waren so freundlich, uns wie gesagt drei Einjahreslizenzen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, ihr könnt ein Jahr lang Face Builder verwenden in Blender und könnt so viele Gesichter machen, wie ihr möchtet. So viel zum Designer Preis. Jetzt würde ich sagen, schwenken wir einmal rüber zu Manu und er wird euch die Entwicklung Entwicklerpreise einmal genauer erläutern. Von Unity haben wir fünf Lizenzen für Unity Pro mit jeweils drei Sitzen und Teams Advanced erhalten. Das heißt, wenn ihr eine von den Lizenzen gewinnt, könnt ihr bis zu drei Entwickler auf der Lizenz aufschalten. Und durch Teams Advanced habt ihr natürlich die Möglichkeit zur Kollaboration und ihr könnt auch so lustige Dinge wie Unity Cloud Build benutzen. Das sollte euch natürlich ein ganz schönes Stückchen nach vorne bringen. Auch hier wieder die Lizenz ist für ein Jahr gültig. Von JetBrains erhalten wir zwei Lizenzen für .Ultimate. Dort drin ist zum einen unsere IDE Rider, die ich immer in meinen Videos benutze. Und falls ihr eher mit Visual Studio unterwegs seid, ist in dieser Lizenz auch ReSharper enthalten. ReSharper ist quasi das, was hinter Rider liegt und die ganze Intelligenz besitzt. Und genau das könnt ihr dann auch in Visual Studio benutzen. Und jetzt zur alles entscheidenden Frage, wie könnt ihr das ganze gewinnen? Zu allererst abonniert natürlich den Kanal. Und dann müsst ihr euch für einen der Preise entscheiden. Den Designerpreis, in dem ihr KeenTools Facebuilder bekommt oder eben den Entwicklerpreis, in dem da Unity und JetBrains enthalten ist. Schreibt dazu einfach einen Kommentar, für welchen der beiden Preiskategorien ihr euch interessiert und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. In circa zwei Wochen werden wir dann die Preise auslosen. Dazu werden wir natürlich auch wieder ein Video erstellen. Für weitere Informationen lest euch bitte die Teilnahmebedingungen durch, die ihr unten in der Videobox findet. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Glück bei diesem Gewinnspiel. Noch mal ein riesen Dankeschön an über 10k Abonnenten. Bleibt stets motiviert, bleibt treuer Abonnent, denn es erwarten euch bestimmt noch ganz viele andere Specials. Auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für diese großartige Community, die wir mit euch aufbauen dürfen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ihr Füchse. Ciao. Macht's gut. Bis dahin, ihr Füchse. Bis dahin, ihr Füchse.